Dann kannst du ein richtig cooles Foto machen. Dann kann ich ein richtig cooles Foto machen, okay. Heute bauen wir aus Materialien, was dem Kindergarten zur Verfügung gestellt wurden, ein ganz individuelles Insektenhaus. Vielleicht wird es nicht schön, aber es wird selten. Also für uns und für die Kinder ist es immer ein toller Tag, wo wir irgendwie mit einer Firma in Kontakt kommen. Letztes Jahr hat die Firma mit den Kindern ein Schubkarrenrennen gemacht. Also es war irgendwie auch ein Highlight. Wir haben noch Instrumente dazu bekommen. Und genau, wir freuen uns einfach irgendwie gemeinsam neue Leute kennenzulernen. Die Kinder sind immer aufgeschlossen und die Firmen meistens auch nett. Und es ist immer schön, wenn man in Kontakt kommt. Ich finde es einfach eine Bereicherung für unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gruppen nochmal zusammen zu kommen und einen Tag miteinander zu arbeiten. Also kann man in Kontakt kommen zu werden, da sind die drei Leute in Kontakt kommen und einen Tag kommen. Liebens aussitzen Sie die Kinder an.